Du benutzt mehrere Kompressoren, um deine Vocals stabil vor dem Mix zu halten, aber irgendwie klingt alles nur platt, überkomprimiert und trotzdem gehen noch einzelne Wörter verloren? Oder aber du kommst mit dem Kompressor gar nicht so gut klar und möchtest aber trotzdem für einen stabilen Gesang sorgen, bei dem jedes Wort gut zu verstehen ist? In beiden Fällen bist du genau richtig hier, denn ich habe heute einen Trick für dich, der nicht nur genauso alt ist wie die Geschichte des Musikabmischens, sondern der auch ohne zusätzliches Plugin funktioniert und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Vlog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Vlog und es ist schon interessant, wie viel Zeit und Energie wir in unsere Mixe reinstecken. Jede Menge Tipps und Tricks werden aufgefahren, ich bekenne mich ja selber schuldig, ich erzähle ja auch jede Menge Tipps und Tricks und kleiner Spoiler-Alarm. Nur weil ich die ganzen Tricks hier verrate, heißt das ja nicht, dass du sie alle gleichzeitig in deinem Mix einsetzen musst. Also ruhig mal ein bisschen zurückhaltender sein bei der ganzen Geschichte. Aber es ist schon so, dass wir uns speziell bei den Vocals ganz oft auf Automatik verlassen, auf automatisch funktionierende Plugins, um unsere Vocals besser klingen zu lassen. Dabei sollten diese Vocals doch eigentlich die Hauptaufmerksamkeit von uns persönlich bekommen, damit sie bestmöglich die Message vom Song transportieren können. Was meine ich mit Automatik? Vor allem Kompressoren. Kompressoren, die automatisch regeln, wie die Dynamik von unseren Vocals gesteuert werden. Aber die Stimme ist nun mal das dynamischste Instrument, was es eigentlich in so einem Mix geben kann. Das heißt, man kann nicht alle Dynamik-Sprünge zwischen total laut und total leise komplett automatisch einfangen. Hilfreich wäre, wenn man einfach mal 15 Minuten Handarbeit ansetzen möchte. Aber wer macht schon gerne Handarbeit? Ganz ehrlich, wenn du 15 Minuten Handarbeit einsetzen würdest, dann könntest du dafür sorgen, dass du weniger Kompression brauchst, dein Kompressor nicht so hart arbeiten muss und das Ganze deutlich entspannter klingt. Wie das Ganze geht, zeige ich dir heute mal in der Session und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Wenn du mich auch unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du denkst, ich bin schon so oft hier gewesen, ich habe eigentlich noch gar kein Abo dagelassen. Drück doch eben schnell auf den Abo-Knopf und vergiss nicht, bei der Hinweisglocke daneben auf alle zu klicken, denn nur dann kriegst du auch wirklich einen Hinweis, wann das nächste Video erscheint und unterstützt mich und meine Arbeit hier im Recording-Blog. Jetzt gehen wir aber mal in die Session und ich bin schon gespannt, wie dir der Trick gefällt. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich hier schon mal eine Gesangs-Performance vorbereitet und wir können hier vor allem schon an der Wellenform erkennen, dass es sich hier um einen sehr dynamischen Vortrag handelt. Ich habe es ja gerade gesagt, die Stimme ist eines der dynamischsten Instrumente, die es überhaupt gibt, deswegen ist sie auch so schwer unter Kontrolle zu bringen, aber man sieht hier schon an der Wellenform, dass hier lautere und leisere Teile sich durchaus stark abwechseln. Mit anderen Worten, diese Performance ist sehr dynamisch, was ja erstmal schön ist, aber was auf der anderen Seite natürlich auch Arbeit erfordert, denn wir möchten ja, dass jedes einzelne Wort gut zu verstehen ist und nicht die leisen Teile, wie hier vor allem an dieser Stelle hier, dass die hier komplett absaufen. Aber wir hören einfach mal rein, wie das Ganze jetzt komplett unbearbeitet klingt. Es ist nur ein kleines bisschen Hall drauf, aber kein Kompressor oder keine gesonstigen dynamischen Bearbeitungen. Also gucken wir mal, wie sich das wohl mit dem Mix zusammen verhält. Schauen wir mal. Da kann man es schon sehr gut hören, die Sachen, die ich gerade eingeblendet habe, speziell dieser leisere Teil hier vorne, die Wörter Something, die scheinen quasi direkt unterzugehen, die sind kaum noch zu hören. Also ein klassischer Kandidat für einen Kompressor. Man möchte die lauten und die leisen Teile ein bisschen in ihrer Dynamik angleichen und dafür ist ein Kompressor ein adäquates Mittel, ist ja auch so gelernt und auch beigebracht. Also gucken wir doch mal, ich habe hier einen Kompressor, einen 1176 vorbereitet. Gucken wir doch mal hier auf die Nadel, wie viel Kompression wohl an den lauten und den leisen Teilen angezeigt wird. Wie viel muss dieser Kompressor arbeiten, um es einigermaßen im Zaum zu halten, was der gute Joe Gilder hier gesungen hat. Übrigens, falls du diese Spuren selber mal mischen möchtest, diesen Song, das sind nämlich die Spuren des Monats gerade im Premium-Bereich vom Recording-Blog, kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden und da kannst du dich mal darüber informieren, was es genau damit auf sich hat. Das aber nur am Rande. Wir gucken jetzt mal, wie viel muss der Kompressor eigentlich wohl arbeiten bei dieser Stimme. Und du konntest es schon sehen, bei den lautesten Stellen musste er bis zu 7 dB komprimieren, an den leisesten Stellen hat er quasi überhaupt nicht reagiert. Mit anderen Worten, wahrscheinlich eher ein klassischer Kandidat für zwei Kompressoren hintereinander, damit man diese starken Pegelsprünge oder diese starken Dynamiksprünge auch wirklich unter Kontrolle halten kann, um dann dafür zu sorgen, dass die Vocals auch wirklich stabil bei lauten und bei leisen Passagen vor dem Mix stehen. Oder aber, du verwendest den Trick, den ich dir heute zeige. Die Basis dieses Tricks ist es nämlich, sich daran zu orientieren, wie früher eigentlich gemischt wurde. Früher hat ein Mischer am Mischpult gestanden, beziehungsweise gesessen und hat dem Sänger zugehört und darauf geachtet, was er gemacht hat. Und dann hat er mit dem Fader quasi den Gesang gefahren. Wenn er also wusste, jetzt kommt eine lautere Stelle, hat er den Fader etwas leiser gemacht. Und wenn er wusste, jetzt kommt eine etwas leisere Stelle, dann hat er den Fader nach oben gefahren. Und das können wir auch machen. Und das Tolle ist, wir können das sogar vor dem Kompressor machen. Das ist wunderbar. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur dafür sorgen, dass die lauten Stellen hier in diesem Vocal etwas leiser sind und die leisen Stellen etwas lauter. Aber wie macht man das am besten? Ich mache das am liebsten mit Clip Gain. Wenn du hier diese Performance hier betrachtest und die als Clip betrachtest, würdest du sagen, okay, das ist ein sehr langer Clip. Wenn ich da das Gain verändere, das kann ich hier auf der linken Seite bei Logic, kann ich da bei dem Pegel hier dafür sorgen, dass sich der Pegel, also das Clip Gain quasi von diesem Clip hier verändert. Bei Studio One kann man es direkt im Clip machen. Aber jetzt ist das ja die komplette Performance. Wie kann ich also dafür sorgen, dass die einzelnen Teile davon unterschiedlich laut sind? Ganz einfach, du schneidest sie einfach ganz stumpf frei. Ich habe mir mal auf meine Kommandotaste, also auf die zweite Maustaste quasi meine Schere gelegt. Das heißt, immer wenn ich die Kommandotaste drücke, wird aus meinem Cursor eine Schere. Und jetzt kann ich hier einfach ganz stumpf mal reingehen. Wir können das ja mal machen. Wir können hier mal diesen leisen Teil etwas freischneiden und machen das einfach mal per Auge ungefähr. Das heißt, wir heben jetzt hier mit dem Clip Gain einfach mal den Pegel von diesem kleinen Abschnitt etwas an. So, sagen wir mal so zweieinhalb dB und sorgen dafür, dass der Teil davor, der davor ist, dass der etwas leiser wird. Und das kannst du schön nach Auge machen. Das heißt, da kannst du erst mal stumpf so nach Auge vorgehen, hier zwei dB runter. Dann nehmen wir diesen Teil und schneiden den ein bisschen frei und den hier auch. Diesen hier heben wir ein kleines bisschen an, sagen wir mal so um anderthalb dB und den hier noch ein bisschen lauter, damit der nicht so stark absäuft. Also um zwei, zweieinhalb dB. Und solange du dich in dem Bereich bewegst, dass du plus minus zweieinhalb dB anhebst oder absenkst bei den einzelnen Clips, die du dann freischneidest, sollte das eigentlich unproblematisch sein. Der Vorteil ist aber, dass du natürlich jetzt schon hier erkennen kannst, dass die Wellenformen in ihren Maximalausschlägen schon angeglichen sind. Das heißt, die Dynamik von diesem Clip, von diesem Gesamtclip wird jetzt Stück für Stück einzeln einjustiert. Kannst du, wie gesagt, per Auge machen. Und das sorgt dafür, dass wir ein deutlich gleichmäßigeres Signal in den Kompressor reinschicken. Mit anderen Worten, der Kompressor müsste selbst mit den gleichen Einstellungen, die wir gerade gehabt haben, überhaupt nicht mehr so viel arbeiten. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, habe die Handarbeit, ich habe ja gesagt, 15 Minuten Handarbeit sollte man investieren. Habe die mal einfach investiert und habe hier unten schon mal eine Spur vorbereitet, wo du jetzt erkennen kannst, hier bin ich wirklich total ins Detail gegangen. Habe jeden kleinen Fitzel hier freigeschnitten. Hier an dieser einen Stelle hier, da muss ich mal kurz reinzoomen, siehst du, dass ich hier sogar das S noch erwischt habe, was hier gewesen ist und so weiter. Habe hier also wirklich jeden kleinen Teil einmal ein bisschen bearbeitet, freigeschnitten. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass da Knackser sind oder sonst was irgendwie, wenn du einfach sauber schneidest, dann sollte das kein Problem sein, dass da bei den einzelnen Schnitten irgendwelche Knackser sein sollten. Das ist ja oft die Befürchtung, wenn man was schneidet, mitten in der Wellenforme, dass da ein Knackser stattfinden sollte. Dürfte eigentlich nicht passieren, weil die Wellenformen ja trotzdem immer automatisch in sich weiter fließen. Also da brauchst du keine Angst haben. Aber schau mal, wenn ich die einzelnen Clips jetzt hier markiere, dann kannst du hier auf der linken Seite, wo ich dir jetzt auch einen Zoom einblende, kannst du mal sehen, wie sich das einzelne Clip-Gain untereinander verhält. Ich habe zum Beispiel bei diesem Clip, habe ich hier 1,4 dB abgesenkt. Bei diesem hier habe ich 3,1 dB sogar abgesenkt, um den einzufangen. Bei diesem hier Minus 1,4. Bei diesem 0, den habe ich gar nicht angepackt. Hier dieses S habe ich um anderthalb dB abgesenkt. Hier wieder nichts gemacht. Hier habe ich um anderthalb dB angehoben. Das war also ein leiserer Teil. Hier auch um 2 dB sogar angehoben. Und so habe ich mich Stück für Stück durchgearbeitet. Und vor allem die leiseren Teile hier dann Stück für Stück auch angehoben. Hier sind wir bei dem Something hier zum Beispiel. Das habe ich sogar um dreieinhalb dB angehoben. Das musst du dann ein bisschen nach Ohr machen. Wenn es dann nicht zu auffällig ist, kannst du natürlich auch über diese 2,5 bis 3 dB drüber hinausgehen. Aber vorsichtig sein. Der Klang darf sich natürlich nicht irgendwie großartig verändern. Aber das Ergebnis dieser mühsamen Durchforsterei von unserem Vocal kann sich durchaus hören lassen. Denn wir hören mal solo rein, wie sich jetzt die Dynamik verhält von unserem Gesang, wenn wir den mal solo anhören, wenn die ganzen Anpassungen da gewesen sind. Achte mal drauf. Klickt schon deutlich ausgeglichen. Und jetzt schauen wir doch mal, was der Kompressor, den wir gerade auf der anderen Spur drauf hatten, wie viel der jetzt wohl arbeiten müssen muss. Ich kopiere den einfach mal hier rüber auf diese Spur, die wir jetzt hier mit der bearbeiteten Vogelspur haben. Und jetzt gucken wir mal auf die Nadel, wie viel der jetzt hier arbeiten muss. Also das Ganze nochmal von vorne. Also maximal 3 dB muss das gute Stück arbeiten. Und es klingt deutlich organischer, weil es gar nicht so auffällig komprimiert. Es wird natürlich 3 dB an den lautesten Stellen komprimiert. Aber insgesamt klingt das Ganze organischer. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Mix zusammen anhören mit dieser neuen Stimme, die wir hier haben, klingt das so. Mehr geht nicht. Also mit ein bisschen Handarbeit entschleunigst du deinen Kompressor und entlastest ihn vor allem von seiner vielen Arbeit. Das Ergebnis ist ein organischerer, klarerer Mix. Die Vocals klingen viel besser, bleiben stabiler, vor dem Mix stehen. Dein Kompressor muss nicht so viel malochen. Was will man mehr? Und diese 15 Minuten, sagen wir ehrlich, die hättest du auch investiert, um herauszufinden, wie du deinen Kompressor einstellen musst, damit er perfekt alles automatisch abfängt, um dann festzustellen, da sind doch wieder 3 Wörter, die dann wieder untergehen. Mit anderen Worten, dann hättest du auch wieder mit der Handarbeit einsteigen müssen. Also ich bin gespannt, ob du wohl Lust hast, diesen Trick auszuprobieren, dich auf dieses alte Eis des Missions zu bewegen, zu begeben, wo man ja früher so gearbeitet hat, mit dem Fader in der Hand, hier jetzt halb automatisiert, indem wir das über Clip Gain gemacht haben. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du damit gemacht hast oder vielleicht demnächst noch machst. Schreib's gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder zu einem weiteren Video- und Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!